Warte, warum ist hier so, warum sind hier Monkeys? Ja, wieso ist hier so ein Eingang? Hey, Alter! Nico! Guck mir mal! Guck mir mal! Ich hab's gesehen! Was war los, Jungs? Der Zombie war out of map und... Komm mit, Nico! Nee, noch nicht! Nee, nicht aufkaufen! Komm, Nico! Komm, Nico! Man kann runterlaufen, aber nicht hoch! Ich brauch hier Hilfe, glaub ich! Ich kann Nico nicht alleine begleiten! Dennis, ich kann nicht helfen! Ohne Chaka kann ich nicht helfen! Sorry! Ich bin bei Chaka noch! Immer noch! Nico, sind bei dir Zombies? Ja! Oh, knallrot! Danke, dass du kommst! Ich werd sterben! Deine Schienelucke! Dennis, du könntest dort auch theoretisch trainen, ne? Mit den kannst du nicht trainen! Mit diesen Zombies kannst du nicht trainen, Alter! Scheiße, Mann! Dennis, komm mal zurück zu mir! Aber er hat ne Raygun, Mann! Er wird's packen! Also, wenn er stirbt, dann... Keine Ahnung! Schlagladen! Wir haben uns Schlagladen! Wir haben uns Schlagladen! Ich... Ich... Hm? Ja! Du rennst in die Zombies rein zum Nachladen! Schieß auf! Schieß auf! Schieß auf! Schieß weiterhin! Schieß auf! 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 Oh Mann, Alter! Aber jetzt hat Nico wieder ne Chance! Nico, mach immer das, was wir machen, ja? Also immer mitkommen! Nicht irgendwo bleiben, Alter! Ach, Scheiße! Da oben kann man super aushalten! Ja, wir wollten ja was! Boah, haben wir ein paar Millionen Mal abgefangen! Scheiße! Ich hab gar keine Punkte bekommen! Ich hab gar keine Punkte bekommen! Boah, ist das eklig! Mit dem Knifen durchs Fenster, Mann! Kevin schießt hier auf... Wir sehen auf den Sins! Nein, Digga! Knifen! Guck mal, Punkte, Digga! Double Points! 260 Punkte! Ja, wenn du noch so scheiße knifen kannst am Fenster! Ja, na und! Es klappt ja irgendwann! Jungs, man kann hier mit Sicherheit irgendwo raus! Ah! 100%! Mhm! Ihr kriegt das noch hin, ne? Weiß jemand zufällig! Ah doch, das wird klappen! Was denn? Ich muss mal rauskommen, weil eigentlich, die Satz hier sind es ein Needstack, oder? Was bin ich? Naja, klar ist das ein Needstack! Wir müssen erst... Cementas, äh... Jungs, die da in der Fall kommen! Ah, passt! Die Waffe ist wirklich richtig gut! Ich glaub, die sollen wir gar nicht... Sollten wir mal gar nicht abgeben, ne? Ja, wenn wir die Punch kriegen, dann wahrscheinlich eh wieder den gleichen Weakness drauf! Ja, du meinst die C3000, ne? Ja, die Biatch! Die Biatch! Die Biatch! Äh... Äh... Hat sich einer die Waffe gefordert? Brauchen wir auch, glaube ich nicht! Die Pistole ist so stark und wir haben... Ich sag nie wieder meine Maus, Alter! Also ich lass keine rein, Jungs! Hoffentlich kriegt ihr das da bei euren Löchern hin! Klaudo! Die Zunge! Boah, guck mal Jungs, was der Punkt, Alter! Ja! 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 Ey! Ist nicht gut. Hast du schon gemerkt? Wenn du Granaten rausgehst, kommen die wieder rein. Warum auch immer. Bei mir kommst du raus. Raus, raus, raus. Bei mir. Oder alle raus. Bin tot. Warte, Jan. 13 Zombies. Hier, kommt sie schnell. Sie liegt da. Hier, rett ihn. Rett ihn. Nice, Jungs. Wollen wir erst mal punktemäßig hier richtig übertreiben? Ja, ich würde sagen, ich bin noch draußen, wenn wir mit der Jeter. Ja. Eins, blau. Machen wir. Die nicht. Es gibt schnell Leute, du denkst. Oh, ich bin noch draußen, weißt du? Es gibt schnell Leute, du denkst. Ah, nur was du wirst hier. So. Da bin ich vorhin reingesandert, Nico. Mit allen Zombies. Was heißt mit allen, mit vielen auf jeden Fall. Fliegt da? Ginst da, du! Ich bin so gut, ich kann fliegen. Du opfer dich nicht immer für Drops, Alter. Ich kann dich nicht retten wegen der Granate. Ich werde sterben. Geht's. Hey, wo ist Dennis? Jan, echt jetzt? Dennis macht euch einen Rambo, Alter. Ich kann fliegen. Einmal fishy. Einmal fishy. Jungs, sobald ich 10.000 Punkte ab, halte ich mich zurück. Ach, Jungs, Alter. Du hältst dich. Halt mich zurück, Jungs. Jan, es ist schön, dass du wieder dabei bist. Hast ja jetzt so ein paar Tage Pause gehabt. Ja, Jan hat mal mit einem Headset-Probieren. Und wenn ihr euch damit auskennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das interessiert mich nämlich euch. Und zwar hört Jan nur Spielsound, wenn wir reden. Er hat einen Turtle Beach PX-22. Und er hört nur Spielsound, wenn wir reden. Wenn ihr euch damit auskennt... Ich höre ihn schon, als würde ich ihn ganz, ganz laut stellen. Aber leichte Töne höre ich irgendwie nicht. Ja, wenn ihr euch damit auskennt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Jan ist verzweifelt. Also, zum Beispiel so einen leisen, leisen, peinlichen Furz würde er nicht. Ja, wenn Dennis wieder vorstirbt. Nein, wir helfen ihm ja. Noch nicht. Dann, 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 dann. Alter, was kam da runtergeflogen? Hä? Was fliegt überall hier runter? Hä? Was fliegt da runter? Guck mal, der Große hat Hallo. Hä? Guck mal, bei mir sind gerade schwarze... Liegt bei dir wieder eine Bombe hin, oder was? Hast heute wohl zu viele Pini-Minis gegessen, Alter. In mir nicht, Alter. Was? Hey, spring mal nicht rum. Komm mal da. Hoi, blöd, hoi. Fast ja, dass du mit Bläds, Alter. Oh nein, wartieren. Warte, warte, warte. Ich hab ganz vergessen, dass ich den Fall nicht erinnert habe. Double. Scheiße. Moment. Nein, Mann, die ist ja da reingekommen. Warte, zieh durch. Dennis, 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 Dennis. Nice. Gut, ich laufe mir da gleich vor. Wartet, wartet, wartet. Nico retten, Nico retten, Nico retten. Die durch. Ja, ja. Ja, ja. Oh, Puck. Oh, Puck. Nico, könnte es sein. Ja, jetzt hat Nico schon... Ach, ey, er ist ja gestorben. So, ich hab gleich 10.000. Oh, voll geil, Mann, dass die MP4 die Thompson ja so viel manieren. Ja, ich mag die Thompson auch richtig, Alter. Mein Lieblingskörper eigentlich. Mein Lieblingskörper eigentlich. Das wär ja eigentlich ne Hunderunde. Aber Gott sei Dank gibt's hier keine Hunde. Obwohl, wir wären ja sehr entspannt. Ja, außer die Hunde sind auch doppelt so schnell wie normal. Hab ich noch nie gesehen, so wie. Kein Schäferhund, auf welchen wir waren die Lände? Die haben wir ja nie gezockt, ne? Also nie zu Ende gezockt, die in Sanatolium da. Ja, da gibt's ja so Schäferhunde von Black Ops. Äh, ich... Alter, so groß. Ich hätt gar keinen Bock auf Ghost-Zonges. Und die Zombies begleiten, Alter. Ey, wollen wir uns anfangen, wieder Lasersprachen zu schießen. Achso, ich wollt mich ja zurückhalten. Ich halt mich zurück. Wie zu dein, Junge! Meine Wache schieß ich noch höher, hier. Ach, Zombies, Jungs. Ah, ihr braucht ja jetzt hier tausend. Das ist jetzt irgendwie zurückhaltend. Wehe, wehe, Jungs! Nico, lass sie ab. Ich hab jetzt keine Muni, ne? Ich halt mich grad zurück. Juck. Noch nicht? Nein, schau, ich schau mal. Oh, ich will mir doch nochmal Muni, Alter. Ach, du Scheiße. Für genau solche Situation. Point War heißt's, Tomp. Ja. Ja, das sagte ich. Das sagte Nico schon. Hörst du ihm nicht zu, oder was? Du hörst ihm nie zu. Keiner von euch hört mir zu. Ja, ich gehör. Nur Jan hört ab. Ich schieße noch mit, Jungs. Ist ja nicht schlimm, wenn ich mit schieße. Point War hat Nico echt vorhin gesagt. Alter, okay. Soll ich nicht zu. Soll ich drauf. Hm, hm, hm. Aber müssen wir gleich Spielzeug kriegen von Samantha. Viermal. Spielzeug. Ich kann dir ein neues Spielzeug geben, wenn sie. Kann dir bestimmt das Spielzeug geben. Ja, meint nicht drauf. Hallo. Ja, ich schieße drauf. Ich kann ihn nicht retten. Ja, ich schieße nicht drauf. Jetzt noch nicht für Opfer, noch nicht. Erst wenn wieder welche leben. Äh, 15 Meter. Ja, klar, Alter. Ich hab dich geschützt, Nico. Rette schnell. Jetzt haben sie, glaube ich, die Elmung nicht mit. Also, kriegt man ja hier mit, ne? Jungs, jetzt sollten wir mal einen am Leben lassen. Den einen Kronter da. Was machst du denn da? Ja, guck mal, äh, Jan hat noch eine Punkte. Oh, Dennis, warum? Ja, ich brauch... Dennis, alles klar bei dir? Ah. Jetzt hat er aber auch Insta weggehen lassen. Insta weggehen lassen, was? Lustiger. Alter. Dennis? Ja, du fehlst. Oh, scheiße. Wenn wir jetzt draufgehen, dann find ich auch außergewohnt. Ich hab keine Granate mehr, Jungs. Ich hab alle weggebrochen. Ich tue, ich tue, ich hätt mal eine. Alle Granate auf, bitte. Äh, ups. Ich hab noch einen. Guck, der, äh, der Tobi läuft einfach durch die Mitte, durchdreht sich ohne Durchschlag. Hallo. Telefon. Telefon, ich werd sterben, doch nicht. Ich werd... Oh, oh, oh. Die Map wird zwei dabei leben hier. Wieso geht der nur auf den Bait, Alter? Los, konzentriert euch, bitte. Schießt auf die Köpfe, Mann. Mann, hinter mir. Wenn wir jetzt failen, rass dich aus, Alter. Ja, Dennis, Dennis ist schuld. Ja, Dennis ist schuld. Ja, Dennis ist schuld. Erst hat er den Crawler angeguckt. Ich dachte, ja, gut, er lässt den Crawler leben, weil so lange guckt man keinen Crawler an. Nach einer halben Minute tötet ihr ihn ja dann doch noch. Dennis, Alter, was war los? Ich glaub, bei ihm war Telefon. Ja, Dennis ist schuld. Alle in die Kommentare damit. Oh, second chance. Das Russenvieh ist schuld. Aber second chance, funktioniert ja nicht, ne? Ach, ja, du Russenvieh. Liebst mal, wenn ich das Telefon trummen. Ja, Telefone werden hier gestummt. Weg von meinem Fenster, äh, unten. Wisst ihr, warum man das Telefon auf Tankstellen schalten soll? Äh, nicht schalten soll, weil man ein Handy kaputt auf Tankstellen hat? Äh, 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 äh. Warte, da. Mach das Box, ey. Oh, ich muss auch, warte, war ein Tricks. Ich muss Telefon auch gerade mal stumm stellen. Jetzt hab ich gar kein Geld mehr. Wo kommst du, wie ich gewohnt habe? Wir müssen rausgehen. Wir müssen rausgehen. Nach meiner Aufbitte. Boah, grün ist der Boßmann. Grün, da gibt's keine Aufmerksamkeit. Äh, egal, lass mich Punkt machen. Peter, geh mal nicht drauf. Also wie gesagt, Spider-Byte wird diesem Erblieben, aber da seine geliebte Tommy-Gang hier mit, äh, Thompson mit zu viel Money. Oh, der liegt doch. Was liegt da? Oh, perfekt. Was süß ist. Ja, schön. Dann, genau, oder was? Ja, genau. Oh, so geht es auch. So, Jungs, wie macht ihr das denn jetzt hier? Bleib mal stehen. Ich steck fest. Nein, du sollst dich doch nicht bewegen. Ich steck immer noch fest. Ah, das ist klar. Dann dürfen wir aufkaufen, oder wie? Warum aufkaufen? Wenn er, ich steck. Ich steck. Nico, Nico ist da. Nein, ich auch. Nein, doch nicht. Nicht Spaß, Mann, zum Stecken. Ich habe einen Perk bekommen. Nein, doch nicht. Ich habe aber irgendwas gesammelt. Nein, nein, ich habe eine Schultzzeit. Achso. Nein. Hä, ich bin auf den Raum gegangen. Ich darf nicht immer noch. Sechs Zombies? Nein, du hast gerade eins gesammelt. Echt? Ja, gerade in diesem Moment. Oh, Jungs, hier können wir eine Pyramide bauen. Wenn ihr alle da rauf geht. Ich hock schon hier. Okay. Hier geht es wieder gut. Weißt du, wir haben sonst nichts, was ist. Zombie-Pokalypse. Komm, lass Pyramide bauen. Tut es. Ah, ihr seid Genie. Oder soll ich in die Ecke gehen? Wartet, erst mal kommen Zombies. Nein, du sollst nicht. Es kommen Zombies. Genau nicht. Doch, egal. Nein. Reiß drauf. Juhu. Die sehen, dass wir eine Pyramide machen und dann lassen sie uns. Nur, wenn wir sie auf dem Führer machen würden. Go, go, go. Pyramide bauen. Und Double Points, Jungs. Double Points. Double Points. Double Points. Und Double Tap. 360 Grenade. Ja. 180, Jungs. Nein, ich sehe nichts. Das ist aber die schwierigste Epics-Map, ne? Ah, ne. Epics-Haus, Alter. Oder Home? Haus. Haus war richtig schwierig. Home, Haus, Home, Haus. Wir machen gleich die Pyramide, versprechen wir euch. Wir kriegen es hin. Das wäre dann das zweite Mal in unserer Laufbahn, dass wir es hier hinkriegen, Alter. Eine Vierer-Pyramide. Da war ich sogar dabei. Bei der ersten Vierer-Pyramide. Oh. Ich dachte, mir fiel mehr Swag, gell, Jan? Swag, Yolo. Dann seid ihr Zeugen einer Vierer-Pyramide. Nein, wir sind Zeugen Jehovas, okay? Ja, ist klar. Hab ja gleich schon wieder 10.000 hier. Krass, das ist super. Und woran liegt das? Weil Weckdick immer auf die Köpfe schießt. Und Weckdick hier 100 Punkte kriegt, anstatt nur lausige 50 Punkte. Wisst ihr, was war am geilsten? Okay, nein, jetzt bin ich's dran. Jetzt mach ich deine Witze, jetzt bin ich's dran. Oh Gott. Nein, ich bin raus, ne? Nein, ich bin's dran. Ah! Wo ist die, Russe? Jetzt bin ich hier unten, Jan! Dann nehm ich es. Nein. Jawoll. Jugga. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, das heißt, Jugga. Hallo, Jan! Du seid Zeugen, Zeppis. Du Scheiße! Seid ihr jetzt ganz tot? Also seid ihr eingesperrt? Ja. Hilf mir, Dennis. Weh, du stirbst hier, Salah. Ja, Jungs, machen eure 10.000 Punkte, ne? Ja, ich kann hier gut auf die Zombies schießen. Perfekt. Was ist das, der hier? Das schafft ihr schon, Leute. Das schafft ihr. Weg, 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 weg. Wir haben ein paar Kanaden. Insta, jetzt. Insta. Ey, ihr müsst euch jetzt schon mal töten, dann tut schon mal. Ey, ich hab nur noch die Dingspistole. Oh, oh. Oh, Dennis ist da. Du rennst direkt in die Zombies rein, dass du glückst. Weg, 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 weg. Oh, Puck. Ey, verbinden die Zombies. Geil. Ey, nein. Wer lebt noch? Ich. Und du kommst noch nicht raus, um uns zu retten. Du bist so ein Held. Wir waren alle tot. Jungs, Alter. Hilf. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Hä? Das wird dir hier voll die... Ja, wir sind da fest. Der Stehen im Lieb. Oh, Jungs, bitte. Jetzt nicht mehr, nicht mehr Glitchen da. Ey, wir müssen den Leuten zeigen, was die an deren Map noch verbessern müssen. Hä, die wollen ja nichts an verbessern. Das ist Custom-Sondes, man. Da spielt man aus Fun. Nein. Wir wollten eine Ausrede zum Glitchen. Nicht, um Heimau uns zu erreichen. Hilfe. Keine Ahnung. Keine Angst, Face, Nico war da. Och, guck mal, hier kann sie gar nicht durchschießen. Ha! So, Jungs, das bleibt aber länger hier drin, ja? Ich würde sagen, so Runde 5 oder 6. Ha! Ich würde gerne schicken, da zu mir. Was soll ich? Hey! Hey, weg hier! Meine Zombies! Ich kann hier nicht durchschießen, Alter. Zombies! Nicht auf! Ich war... Oh! Ja, ich frag mich noch mal, ob ich die Schmessung noch zu kann. Ich kann nur schon schießen, auf die Köpfe anlässlich. Was du nicht sagst. Und das, dass wir sterben wollen, wenn man sich hat, die Zombies zu klauen. Bisschen Kole kriege ich. Alles klar, neun Sekunde raus hier. Mach den mal auf! Sag mir die M1 gekauft, toll. Ernsthaft? Ja. Ja. So sorry, Alter. So sorry, Alter. Du siehst, man bleibt mal länger drin. Äh. Ja, weiß ich auch nicht. Mach dir auf, hier, Jungs, bitte! Ich wär zu traurig, Alter. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld für eine Waffe. Boah, Messi, Alter. Nein! Messi! Ja! Ja, mein Börger, Alter. Mein Börger, Alter. Da bringt dir eh nix. Das schützt dich nicht vor in Wände glitschen. Nicht gar nix. Ja, ich... Viele Zombies. Wartet. Nukes, das ist ja hier voll die Funrunde. Egal, mach mir viel zu selten. Da wird Polz für nächste Runde. Atombombe. Da wird Polz für nächste Runde. Sammel ein. Warum denn nicht? Wer jetzt schon wieder? Deine Schuld. Nee, ich hab die Runde nicht eingesammelt. Ja, die Nuke ist mir egal. Hä? Wenn die Nuke jetzt schon eingesammelt ist, dann können wir die Runde jetzt noch mal mehr Punkte machen, weil die alle... Ja, sowieso. Wollte ich ja auch eins annehmen. Hier zur Absicherung ein paar Esmin. Jan, du hast echt die Esmin geholt. Alter! Alter! Alter, was ist das denn? Zum Glück hab ich die getaucht. Nein! Esmin, wo waren die denn? Auf dem Tisch. Jan, hast du jetzt wenigstens, aber die Tom schon? Klar, der schon die Tom schon. Äh, ja. Weißt du, kommt sich niemals erst die Bettys. Ja. Manchmal wird das hier nebeln. Ich, äh, nebliger, ne? Ich weiß auch warum, weil er ne... Weil er denkt, wir haben eine Hunde-Runde. Genau, er denkt uns. Also das Spiel. Das Spiel ist eine Person, ja? Vielleicht ist es das sie? Alter! Run, boi. Brawler. Next ammo!